Herzlich willkommen zu unserer Asklepios-Informationssendung im Internet. Heute geht es um die Frauenheilkunde, um die Gynäkologie, also genau genommen geht es um Krebserkrankungen des Unterleibs und wie man die behandeln kann. Bei mir ist Prof. Dr. Christart Köhler. Er ist Chefarzt der Abteilung für spezielle operative und onkologische Gynäkologie am Asklepios-Klinikum in Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Prof. Köhler. Womit kommen die Patientinnen zu Ihnen? Es ist unterschiedlich. Wir haben Patientinnen, die bereits in vielen Fällen eine Diagnose einer Krebserkrankung gestellt bekommen haben, indem das durch eine Ausschabung oder eine Biopsie, eine Probeentnahme an verschiedenen Teilen des inneren Genital gesichert ist. Wir haben aber auch Beschwerden, die Patientinnen, die mit untypischen Beschwerden gekommen sind, teils Blutungsstörungen, teils unklare Bauchbeschwerden und die sich dann im Laufe der Untersuchung und des Ultraschallbefundes, gegebenenfalls Weiterbildgebung, dann eben der Verdacht sich doch darstellt, dass es sich um eine bursartige Erkrankung handeln könnte und die dann letztendlich über eine entsprechende Diagnostik und oder Operation dann diese Diagnose bestätigt bekommt oder hoffentlich auch ausgeschlossen bekommt. Diese Diagnose, führen auch Sie sie durch? Ja, das ist wie gesagt Teil das Management bei diesen Patienten, dass man bei bestimmten Symptomen in Zusammenhang mit sonographischen Befunden, Laborkonstellationen doch auch eine bösartige Erkrankung annehmen muss und dann entsprechend natürlich auch sagen muss, wir müssen die histologische Erhärtung und Sicherung dieser Diagnose durchführen und dann gegebenenfalls die entsprechenden Operationen durchführen. Welche Art die Operation sein wird oder muss, hängt entscheidend natürlich von dem jeweiligen Organ ab, was dann befallen ist. Gibt es ganz spezielle Symptome, die darauf hindeuten, dass es sich vermutlich um einen Tumor handelt? Leider nein, eher nicht. Es gibt eine gewisse Altershäufigkeit der Tumorerkrankung, die hinweisend sein kann, letztendlich leider auch überhaupt nicht beweisend sein kann. Und das ist sicherlich auch das Dilemma der meisten gynäkologischen Erkrankungen. Uns fehlen die ganz charakteristischen, typischen Beschwerden. Die Beschwerden, mit denen die Patienten entkommen, können eher unspezifisch sein, häufig als Blutungsstörungen. Aber Blutungsstörungen haben eben auch ganz häufig andere Ursachen, sodass man, wie gesagt, diese Tumorerkrankung immer mit ins Kalkül ziehen muss, immer in die Überlegung einbeziehen muss. Aber letztendlich leider keines der Symptome so spezifisch ist, dass man sagen kann, das ist eine beweisende Diagnose. Welche Formen der Krebserkrankungen im Unterleib gibt es denn? Das kommt einfach vom, die werden einfach eingeteilt natürlich vom Organ, von dem die ausgehen. Ob das nun vom äußeren Genitale, Vulvarkarzinom ist, vom Scheidentumoren sind relativ selten. Oder eben Erkrankungen der Schleimhaut, der Gebärmutter, die Endometriumkarzinome oder vom Gebärmutterhals, Zervixkarzinome oder von den Eilerleitern oder Eierstöcken dann eben Adnextumoren, Eierstockstumoren. Das hängt einfach vom Organ ab, von denen diese Tumoren ausgehen. Und wenn Sie diese Diagnose dann getroffen haben, wie behandeln Sie? Auch da ist es natürlich erstmal wieder abhängig davon, welches Organ betroffen ist und zweitens natürlich, in welchem Stadium der Erkrankung wir die Patientin antreffen. Das ist letztendlich der ausschlaggebende Faktor, welchen Weg wir wählen können für sie. Wir versuchen das Ganze sehr individuell für die Patientin zu gestalten. Wir haben ja jüngere Patienten, die ältere Patienten, wir haben Patienten mit unterschiedlichen Lebensmodellen noch. Meinen Sie damit, dass man noch Kinder bekommen möchte? Zum Teil auch. Da ist vor allen Dingen natürlich die Erkrankung des Gebärmutterhalses. Das betrifft vorwiegend Patienten, die auch jünger sind, wo es auch noch im reproduktiven Alter die Erkrankung auftreten kann. Es gibt aber auch seltene Formen der Eierstocks-Erkrankung, die im jungen Alter auftreten können. Es gibt Endometriumkarzinome, die wesentlich seltener, aber auch noch im jungen Alter auftreten können, wo auch Frauen noch Kinderwunsch haben können. All dies erfordert ein sehr differenziertes Vorgehen. Und das Bestreben geht eben dahin, diese Therapie sehr zu individualisieren und auf die Patienten wirklich maßgeschneidert zurechtrücken zu können. Wir wollen eben davon abgehen, dass man sagt, also einmal die Diagnose, großen Bauchschnitt durchführen und dann immer diese sogenannte Totaloperation. Dieser Begriff ist ja noch sehr gegenwärtig, langläufig gegenwärtig, wo man sagt, ich hatte eine Totaloperation und das ist alles entfernt worden. Das ist ein sehr weitläufiger Begriff. Wie gesagt, es geht darum, die Therapie für die betroffene Patientin versuchen, so individuell wie möglich zu gestalten, sofern es der Umfang der Tumorerkrankung zulässt. Muss man denn überhaupt immer operieren oder geht es auch mit Medikamenten? Auch das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig. Es gibt die Kombination mit chemotherapeutischen Substanzen, es gibt die Kombination mit strahlentherapeutischen Ansätzen und auch hier ist es einfach die Sache und das Wichtige und manchmal auch gar nicht so einfache, interdisziplinär ein Konzept zu entwickeln für die Patientin, was der Tumorerkrankung am meisten Rechnung trägt. Es muss nicht immer die Operation sein. Es kann die Kombination verschiedener onkologischer Verfahren sein. Dann ist natürlich die Frage, in welcher Sequenz das am besten ist und auch hier wieder individuell geschneidert, tumoradaptiert, dann den besten Weg für die Patientin zu finden. Bei manchen Erkrankungen wissen wir noch gar nicht, welches dieser Konzepte das günstigste ist. Dann ist natürlich auch die Frage der therapiebedingten Nebenwirkungen ganz entscheidend, dass die Patientin, also wenn wir schon nicht sagen können, welches Verfahren das besser ist, dann zumindest das Verfahren auswählen, wo die Patientin die wenigsten Nebenwirkungen hat. Das kann genauso entscheidend sein wie die onkologische Behandlung selber, dass sie dann lebenslang an den Nebenwirkungen leidet und das ist genauso eine schlechte Situation für die Patientin, als wenn sie wieder ein Rezidiv des Tumors bekommt. Was für Nebenwirkungen meinen Sie da? Die Patientin kann also durch die Chemotherapie lebenslange Nebenwirkungen haben, sie kann durch die Bestrahlung lebenslange Nebenwirkungen haben, sie kann durch die Operationen Fistel-Bildungen, Kurzschlussverbindungen zwischen Blase und Darm haben, die zum Teil nicht reparabel sind, sie kann Funktionsstörungen der Harnblase haben, die sie lebenslang behält. All das sind Faktoren, die man natürlich möglichst vermeiden möchte, aber immer nochmal in Relation zu den onkologischen Gesamtergebnissen. Das ist das Wichtigste. Diese Balance manchmal zu finden, ist wirklich nicht so einfach und deshalb versuchen wir ja eigentlich alle Patienten interdisziplinär schon möglichst vor der Primärtherapie, nach Diagnosestellung natürlich, aber vor, bevor wir die Therapie festzornen, interdisziplinär zu besprechen, um eben gerade in Fällen, wo das nicht so eindeutig ist, eine sehr gute Abfolge und immer unter auch unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen der Patientin festzulegen. Und das ist, glaube ich, mitunter manchmal die größte Herausforderung. Wenn wir jetzt über Operationen sprechen würden, welche Möglichkeiten haben Sie da? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Das kommt nun darauf an, nochmal, wann treffen wir die Patientin an, welche Form der Erkrankung hat sie, welches Stadium der Erkrankung hat sie. Wir haben grundsätzlich alle Möglichkeiten der operativen Gynäkologie zur Verfügung. Wir haben die minimalinvasiven Zugangswege, wir haben die manchmal sogar rein vaginalen Zugangswege, deutlich seltener, aber auch nicht ausgeschlossen. Und wir haben natürlich den Weg über die große offene Chirurgie, die Laboratomie. Und auch hier hängt es eben entscheidend davon ab, welche Erkrankung kann ich mit gutem Gewissen auch minimalinvasiv behandeln, für welche Erkrankungsformen kommt es nicht mehr in Frage oder für welche Stadien kommt es nicht mehr in Frage, um dann auch hier letztendlich immer einen guten Weg für die Patientin zu finden. Nicht alles ist minimalinvasiv möglich, aber doch schon sehr viel. Und das hat halt immer für die Patientin einen entscheidenden Vorteil, dass sie sich sehr schnell erholen von dem Eingriff, im Gegensatz zur großen offenen Onkochirurgie, dass sie deutlich kürzer im Krankenhaus liegen, ihre Wiederherstellungsphase, der Wiedereingliederungsprozess in Familie, in Beruf, sehr viel schneller vonstatten kann. Das sind immer die inhärenten Vorteile der Laparoscopie. Nochmal, wenn es geht, ist es sehr vorteilhaft für die Patientin, aber nicht für jede Patientin können wir das guten Gewissens offerieren. Ja, aber sicherlich jede Patientin würde es sich wünschen. Ja, ich denke schon eher, ja. Diese Schlüssellochchirurgie, wie sie auch gerne genannt wird, wie funktioniert das? Man kann es sich kaum vorstellen, dass es überhaupt funktioniert. Im Grunde genommen klingt es immer so besonders, ist es aber eigentlich gar nicht. Weil das, was sie letztendlich onkologisch operieren, muss immer den gleichen Standard machen, als wenn sie das am offenen Bauch operieren. Es ist eine Umgewöhnung, vor allen Dingen natürlich und eine Trainingssache für den Operateur, eben nicht mit seinen Händen alles und einer Schere und anderen Instrumenten das zu operieren, sondern eben mit Instrumenten, die 30 cm lang sind und über drei oder vier kleine Führungshülsen eingeführt werden. Aber letztendlich macht er den gleichen Eingriff im Inneren des Bauchraums, den er auch sonst am offenen Bauchraum machen würde. Das ist eine Trainingssache und das hat in meinen Augen, und ich komme aus einer Schule, wo das eben sehr früh begonnen wurde, noch den entscheidenden Vorteil, dass sie immer mit einer sieben- bis zehnfachen Vergrößerung alles operieren. Sie können das zwar ausgleichen beim offenen Operieren, indem sie eine Lukenbrille aufsetzen, aber sie können das eben auch mit der Laparoscopie gut erreichen und sehen dadurch Strukturen sehr viel deutlicher, sehr viel klarer, als sie das manchmal im offenen Bauchraum sehen. Ich finde es in vielen Fällen, wenn es notwendig machbar ist, als deutlich vorteilhaft. Wie gucken Sie denn in den Bauch rein? Auf diesem sogenannten Endoskop, das ist ja ein Zentimeter lange Röhre, wo die Kamera und die Optik integriert ist, wird eine Kamera aufgesetzt, die uns in HD dann das Bild auf dem Monitor umgesetzt, sodass wir das ganze Team, die OP-Schwestern, die Assistenten, der Operateur natürlich und selbst der Ansthesist, die Operationen Schritt für Schritt verfolgen können und da letztendlich immer auch genau über den Stand der Operation alle gleich gut informiert sind, das gleiche Bild haben. Und da hat man, glaube ich, manchmal sogar wirklich einen besseren operativen Eindruck, als wenn Sie Operateur und Assistent nur alleine in den Bauchraum reinschauen, wo die anderen doch relativ weit von der Operation weg sind, obwohl sie direkt neben ihnen stehen. Nun geht es ja um einen kleinen Schnitt durch die Bauchdecke vielleicht und doch vielleicht um etwas Größeres, was Sie da herausbekommen wollen. Wie machen Sie das? Auch da gibt es unterschiedliche Wege. Es kommt letztendlich immer darauf an, nochmal, Sie dürfen kein potenziell oder definitiv tumoröses Gewebe im Bauchraum verstreuen. Das ist ein Grundprinzip der Onkochirurgie. Es gibt dann immer die Möglichkeit, dass ich mir entweder einen kleineren Hilfsschnitt an einer Stelle, die vielleicht nicht so belastend ist für die Patientin, wähle. Zum Teil kann ich Gewebe durch die Scheide selber entfernen, wenn die Scheide bei der Operation mit eröffnet wurde. Und wenn das Ganze auch nicht möglich ist, gibt es sehr stabile sogenannte Endobecks. Das sind einfach stabile Plastbeutel, die eine hohe Reißfestigkeit haben, wo Sie dieses Material hineinpacken, wirklich einfach in diesen Beutel. Und der Beutel dann an einer dieser Zugangswege, der reicht Ihnen ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter, dann wie eine Sanduhr quasi nach außen geführt wird. Damit ist die Bauchdecke durch den Beutel selbst geschützt. Und Sie können an dieser Kleinöffnung, die Sie dann dadurch haben, die Gewebe Stück für Stück herausholen. Es ist etwas anspruchsvoller für den Pathologen, der dann nicht mehr ein großes Gesamtpräparat bekommt, sondern lauter kleine Einzelteile. Er muss dann das Puzzle wieder zusammensetzen und dann Ihnen trotzdem die gleiche Diagnose geben, als wenn er ein großes Gesamtpräparat hätte. Und wie schaffen Sie sich Platz, um im Bauchraum zu arbeiten und etwas zu sehen? Denn der Körper ist ja doch relativ eng gepackt. Ja, also das ist bei einer Bauchspiegel auch für gutartige Eingriffe, indem Sie am Anfang in den Bauchraum ein Gas, Kohlendioxid einführen, was die Bauchdecke von den inneren Bauchorganen abhebt. Es entsteht ein kuppelförmiger Raum, wirklich wie ein Kirchenzelt. Und in diesem Raum haben Sie nun die Möglichkeit, mit Ihren Instrumenten zu agieren. Und dieser Raum ist in der Regel groß genug, um diese Eingriffe zu machen. Es mag ja auch ab und zu vorkommen, dass die Frau schwanger ist, während sie gleichzeitig eine Unterleibserkrankung hat. Können Sie der auch helfen? Es ist ein sehr interessanter, zum Glück auch sehr seltener Aspekt der Erkrankung, bösartigen Erkrankung und kommt eigentlich kaum nur vor bei Patienten, die einen Gebärmutter-Halstumor haben, weil das eigentlich das einzige Karzinom ist, was in der Schwangerschaft diagnostiziert wird. Ganz selten mal ein Eierstockstumor, aber in der Regel, wie gesagt, handelt es sich um Patienten mit einem Gebärmutter-Halstumor. Da ist es immer wirklich eine hochemotionale Entscheidung, individuelle Entscheidung, wie geht die Patientin dann mit der Schwangerschaft im Wissen der Krebserkrankung um. Wir von medizinischer Seite müssen Sie dann eben auch über die sehr harten Konsequenzen aufklären. Die heißen, dass eine Patientin, die bei dieser Tumorerkrankung zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, da ist sie natürlich schon die Schwangerschaft bekannt, Lymphknotenmetastasen hat, hat eine schwierige Prognose. Fast alle oder so gut wie alle dieser Patienten sind nach der Entbindung innerhalb von ein oder zwei Jahren verstorben. Das ist die harte Realität und deshalb ist es natürlich die Frage, ob wir herausfinden können, selbst während einer bestehenden Schwangerschaft liegt ein Lymphknotenbefall vor oder nicht. Technisch ist das selbst über diese minimalinvasive Chirurgie möglich, das zu machen. Aber letztendlich muss die Frau entscheiden, mache ich dann überhaupt eine Konsequenz von dem Ergebnis abhängig für das Weiterfortsetzen der Schwangerschaft oder entscheide ich mich in jedem Fall für das Fortsetzen der Schwangerschaft. Aber wie gesagt, wir können dieses ihr in der Schwangerschaft anbieten, um damit mehr Informationen zu bekommen, wie wir mit dem Weiterverlauf der Schwangerschaft umgehen können. Es ist immer eine schwierige Entscheidung, wo sehr viele Partner mit involviert werden. Die Pädiare werden mit involviert, die Anästhesisten, die Pathologen, die Psychologen, Medizinpsychologen. Man kann sich auch noch Rat natürlich von Angehörigen, von Theologen dazu holen, von Ethikern. Es ist wirklich eine insgesamt für alle Betroffene meist sehr schwierige Situation, mit denen man völlig unerwartet auch noch in dem Hochgefühl der Schwangerschaft betroffen wird. Und dann ist es wirklich natürlich auch noch ein gewisser Zeitdruck da, weil einfach durch den Wachstum der Schwangerschaft die Entscheidung relativ zügig treffen müssen. Kurz noch zum Schluss die Frage, Herr Professor, wohin läuft der medizinische Fortschritt? Denn früher ging sowas ja überhaupt nicht mit der minimalinvasiven Chirurgie. Der Fortschritt wird in diese Richtung gehen. Deshalb, da bin ich sehr ganz überzeugt davon. Es gab lange Zeit Widerstände gegen diese Art des Operierens, gerade in der Onkochirurgie. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich jung in dem Beruf war, gab es Kongresse auf den Kollegen, die sowas angefangen haben, wirklich verteufelt worden. Das hat sich zum Glück komplett geändert. Das ist auf dem Vormarsch, auch wenn es langsamer vonstatten geht, als wir uns das wünschen. Wir haben ein ganz modernes Instrument, diese sogenannte Roboterchirurgie, die eine besondere Form der minimalinvasiven Chirurgie ist, sehr kostenintensiv noch ist. Aber sie ermöglicht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, als den, den wir jetzt gegangen sind. Und da wird definitiv die Entwicklung dorthin gehen. Man kann dann vielleicht das Spektrum der möglichen Anwendungen auch in der Onkochirurgie sogar noch ein bisschen ausdehnen. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir das auch in absehbarer Zukunft in Hamburg tun können. Schönen Dank, Prof. Dr. Köhler. Vielen, vielen Dank. Und wenn Sie weitere Informationen wünschen, dann finden Sie die wie immer auf www.asklepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Tschüss.